Hallo zu den X-Tipps Spieltagstipps heute hier in den heiligen Hallen in der Schanzenstraße, wo wir unsere neuen Redaktionsräume haben und ich stehe hier neben unserem Redaktionsleiter Daniel Sobolewski. Grüß dich. Hi, grüß dich. Fit fürs Tippen? Absolut immer. Ja, wir nehmen uns die Kreisliga A Köln vor. Da haben wir die erste Partie, Deutz 05-2 gegen den SC Brück 1. Ein Abstiegsduell. Deutz 05 tendenziell immer unten angesiedelt. Haben es bisher in den letzten Jahren immer geschafft, sich da zu retten und die Klasse zu halten. Der SC Brück als Aufsteiger, glaube ich aktuell vorletzter. Es wird ein spannendes und enges Spiel. Ich glaube mit wenig Toren. Am Ende entscheidet der berühmte Spielertrainer Knipser nur den Kelaifia und Deutz gewinnt 1 zu 0. Bist drin im Thema, he? Absolut. Absoluter Fußballexperte hier neben mir. Nächste Partie SV Schlebusch 2 gegen die Spielvereinigung Flittert 1. Flittert unheimlich torgefährlich, unheimlich effektiv. Haben schon extrem viele Tore diese Saison geschossen. Treffen jetzt in Schlebusch auch auf eine Mannschaft, die ganz oben mit dabei ist. Die beiden Teams haben sich bisher gut präsentiert diese Saison. Ich schätze, Flittert ein kleines bisschen stärker ein. Ich glaube, die gewinnen 2 zu 1. Knappes Ding aber dennoch. Rheingold, Pol 1 haben wir mit der nächsten Partie gegen den SC Rondorf 1. Die dritte Partie und die dritte ist wieder ziemlich eng. Beides knapp beieinander. Beide Teams, die sich auf einem Level begegnen, auf Augenhöhe. Pol wird durch die Heimstärke und dadurch, dass sie zuhause spielen, glaube ich, am Ende gewinnen. 1 zu 0. Wieder knapp. Knappe Kisten. Jetzt kommen wir zur Effizienz pur. Nämlich Rheinkassel, Langel 1. Die haben acht Tore weniger als der letzte. Stehen aber sehr gut da in der Tabelle. Die spielen gegen Leverkusen 1 bzw. Bergfried Leverkusen 1. Richtig. Rheinkassel ist ein Phänomen. Die holen unglaublich viele Punkte dafür, dass sie unglaublich wenig Tore schießen. Ob das auch gegen Bergfried Leverkusen klappt, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, gut möglich, dass das Spiel 0 zu 0 endet. 0 zu 0? 0 zu 0. Also für Tore bist du irgendwie nicht zu haben. Heute nicht, nein. Es ist auch sehr kalt, kann man vielleicht verstehen. Jetzt haben wir das nächste Spiel mit dem Tabellenletzten. Da haben wir direkt zwei Themen, die wir aufgreifen müssen. Einmal Tabellenletzter gegen Tabellenzweiter. TFC Köln 1 gegen Viktoria Köln 2. Da hatten wir auch gerade beim TFC einen Trainerwechsel. So ist es. Erfolgstrainer Erza Menan ist zurückgekommen, hatte den Verein verlassen und sich erstmal der Familie gewidmet. Jetzt konnte er die Finger wieder nicht vom Amateurfußball lassen, ist zu seinem TFC zurückgekehrt. Hat im ersten Spiel verloren gegen Flittert, aber sehr knapp. 1 zu 2 nur verloren und das ist schon das erste Zeichen, dass es beim TFC wieder bergauf geht. Gegen Viktoria schaffen sie das nicht fortzusetzen, weil Viktoria einfach brutal stark ist, unbedingt aufsteigen will oder zu den Aufstiegskandidaten auf jeden Fall gehört. Und deswegen gewinnt der FC Viktoria 3 zu 0. 3 zu 0 für die Viktoria. Dann haben wir mal ein torreicheres Spiel von dir gehabt jetzt. Nächstes spricht eigentlich für eine Torgarantie. SC Hohlweide 1. In elf Spielen haben die 40 zu 41 das Torverhältnis. Die spielen gegen Rot-Schwarz Neubrück 1. Das ist Wahnsinn. Also wenn du die Spiele vom SC Hohlweide anguckst, geh vor Anpfiff lieber noch mal auf Klo, sonst verpasst du gleich drei. Jetzt geht es gegen den Spitzenreiter, der sich bisher in keiner Partie die Butter vom Brot nehmen lässt. Und Hohlweide macht wieder Tore, weil sie immer Tore machen, verliert aber 5 zu 2. Jetzt muss ich mich erst mal sammeln. 5 zu 2 ist ein klares Ergebnis. SC Mülheim Nord 1 gegen Weiler Volkhofen 1. Ja, interessantes Spiel. Mülheim Nord mit Ex-Profi Kurt an der Seitenlinie wird seinen Heimvorteil nutzen und wird gegen Weiler Volkhofen, die auch unten im Keller stecken, 3 zu 1 gewinnen. Und dann kommen wir zur letzten Partie. Das ist vielleicht so mit unser Spitzenspiel dieses Mal, nämlich Absteiger SC West 1 gegen Aufsteiger SV Gremberg Humboldt 1. So ist es. SC West präsentiert sich aktuell sehr stark. Vier Siege in Folge, darunter auch am vorletzten Wochenende in 70-minütiger Unterzahl. Viktoria 3 zu 0 geschlagen einfach mal. Die sind wirklich in Topform. Gremberg Humboldt fasziniert ebenfalls als Aufsteiger, eigentlich so mit zu den absoluten Abstiegskandidaten gezählt. Präsentieren sich sehr gut, haben bisher wenig Kontakt zu den Abstiegsplätzen gehabt. SC West ist aber eine Nummer zu groß, das verlieren sie 2 zu 0. Das waren die X-Tipp Spieltagstipps an dieser Woche mit Daniel Sobolewski. Danke dir und bleibt uns weiter treu. Bis dann.